Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Black Flag. In der letzten Episode waren wir dabei Piraten zu rekrutieren und ich würde sagen, machen damit weiter. Ich meine, boah, darum haben wir so einen Schatz, den wir uns recht holen können. Das machen wir mal direkt. Entschuldigung, würdest du da hochladen? Komm, wir wissen, dass du das kannst. Oh Mann, oh Mann, das ist das hier. Warum? Oder so? Geht auch. Äh, ja, okay. Warum kann der da, verdammt nochmal, nicht hochladen? Der kann überall hochladen, nur da nicht. Okay, ne, das ist okay. Und jetzt kann der hier auch nicht hochladen, nur was. Ah, geht doch mal. Okay. Dann auch mal zu den nächsten Piraten. Ja, das war jetzt ein bisschen unnötig, so draufzuspringen. Egal. Wir müssen weiter. Huah! Äh, da ist jemand am rumbrüllen. Ah, äh, ist da irgendjemand am, äh... Ups. Ups. Was? Was ist da passiert? Hä? Weiß ich ja gar nicht. Das war, das war ganz, äh, aus Versehen. Also... Wie kann man denn niemanden disarmen? Wie ging das denn? Weil da steht ja als Neemission, dass ich, ähm... ...drei... ...Gegner... ...entwaffnen soll. Aber ich weiß grad nicht. Warum klettert der da nicht hoch, danke. So, warte mal. Okay, okay, okay. Wie disarme ich jetzt hier? So, warte mal. Wie disarme ich jetzt hier? So. 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 Eiskalt bestohlen. Okay. Ich höre wohl den Schatz des Holländers. Da ist der Schatz des Holländers. Ich glaube, da ist jemand bekifft. Aber gut, jeder, wie er möchte. Haben die was gecheckt? Ich glaube, die haben gut was gecheckt. Gut, also eigentlich... Ja. Wir würden wissen, wie ich die Leute das arme. Das würde ich doch gerne mal... Database. Das muss doch da bestimmt nur so stehen. I mean, girl. Ja, nee, nee, nee. So, das muss doch da eventuell irgendwo stehen, oder? Nein, free aim, nein. Da haben wir schon eine Menge Steuerung. Es ist Schiff, das ist uninteressant. Present day controls. Ja, nee, nee. Ups. League Revision, klar. Nee. Free running, nee. Äh, targeting, free aim, quickshots, reloading, weapons, pickup weapons, nee. Ah, da, basic, fight basics. Was haben wir denn da? Disarmen. Das muss aber umso stehen, oder nicht? Nee, 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 irgendwie. Ah. Ah, okay, 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 okay. Also B und dann A muss ich drücken. Das kann man beim nächsten Mal drücken versuchen. Oh, da sind eine Menge Leute. Boah, das war fucking cool. Das war so dermaßen fucking cool. Alter. So. 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 hab ich denn jetzt das amt? komm greif mich an ok nochmal, versuch's nochmal, komm bitte ah, disarmt, ok na so, wieder disarmt oh, jetzt ist es uncool äh, hab ich den Dings bekommen jetzt? den Bonus hm ich weiß es gerade nicht, hab ich die Leute disarmt and kill guards? hab ich eigentlich naja, gut dann halt nicht ah, kommt her shut the rope to save the pirates äh, reach the hang oh, machen wir jetzt so'n Robin Hood Action oder was? cool also, neue Mission äh, die Hängung erreichen und den Piraten retten ähm, naja die we should never kommen this pirate bears the blood of many innocents on his hands his majestie's honorable representative has decreed the sentence shall be So Komm schon, komm schon So jetzt Wow, der Kick war cool Äh, ja Andy ist jetzt kurz an der scheiß Stelle, wo der untergefallen ist So Kollege Komm her Haha Just in time, Kenway Kein Problem, äh Mir unbekannter Pirat, den ich gerettet hab, weil ich voll nett bin Und, äh, du meine Sich meiner Kuh anschießen sollst Äh, ja, das gehört nun mal dazu Was mich grad eher stört ist Hat das jetzt gezählt? Ne, Ritchie Tavern erstmal Äh, kann man machen Huah Aufs Taverne Huah Autsch Da haben wir sich erschrocken Nie Was? Catch the Was? We catch the Is 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 Ach, das muss man fangen. Oh, ich habe es noch nicht geschafft. Es ist schade, aber lässt sich nichts machen. Muss man erst mal wissen, dass man da so hinterher muss, das zu fangen. Alter, wir haben ja einen Schatz, den können wir mitnehmen. Dann gehen wir zu Talern. Bevor wir uns jetzt viel Corvette aus den Augen verlieren. So, werden wir jetzt ganz gut Piraten rekrutieren. Eigentlich müsste unsere Mannschaft jetzt voll, nein, nicht immer nicht voll, aber wir müssen jetzt mal eine gute Menge an Leute haben. Und das kann man ja mal nachschauen. So, vielleicht ist der jetzt zufrieden, unser Adile. Oder wie man den nochmal ausspricht. Na, Adile, wie geht's? Oh, wir haben ja schon die ganze Party. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot. It's fairies stories you prefer a gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10.000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his purpose is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Die Ehren von Piraten. Mein Vater keeps a perfect house, stand by this time. Habe ich gedacht, dass das Arm jetzt gezählt? Nicht. Aha. Okay, ich dachte, ich hätte die eigentlich desarmt, aber... Ähm... Ja. So schade. Ähm... Aber... Wir rühren einfach wieder. Ja, okay. Beruhig dich mal. Ist der vollkommen im Ausrasten. Äh, nee, will ich eigentlich gar nicht. Wo ist mein schiffiges Schiff? Ah, nee, wir wollen gar nicht zum Schiff. Wir müssen hier zu dem Captain. Mornin' Kenway. Not a bad-looking tinderbox you got there. You sound a bit green, Hornigold. Is it envy? Cause mine's bigger than yours. No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to say it all right. And how to take a prize the proper way. Thatch. We'll catch you up at the old fishing village. Aye. Okay, machen wir jetzt ein Rennen. Kann das sein? To press B when an enemy strikes to call you. Then press X to kill. Is it true? Ah, das ist arm, oder? Hab ich doch gemacht? Genau, B, A. Dann disarmt der, und dann... Oder hätte ich ihn danach direkt töten müssen? Das kann natürlich sein, dass ich dann den disarmt hab. Der hat ja auch die Waffe verloren. Aber ich glaube, ich hätte ihn dann direkt töten müssen, anstatt den nächsten zu disarmen. Na, schade. Wir haben mit 10% einfach so weggeschmissen. Aber... Es gibt ja bestimmt noch Möglichkeiten, wo ich das testen kann, und das wirklich so ist. Deswegen werden wir das ja mal sehen. Und... Diese Ladezeiten immer. Wir schauen für merchants, boys. Dann, das fat mit Cargo. Oh, da haben wir. Da ist ein Preis wert, oder? Gut. Take us in close. After you subdue a prize, project authority and demand respect that you would never give yourself. This weaves a spell over soft minds. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseem them from prick to sternum. Fire what cannons you will and land a few strikes if you must. But for God's sake, don't sink her. It's no fun fishing Cargo out of the sea. Although it can be done. If the ship is on fire, it means you can do it. Okay, so I can do it for myself. She's disabled now and taking on a decent amount of water. So keep your cannons quiet. Take care not to sink her. She's dead in the water. Steer up alongside her. Jetzt kann ich an Bord gehen und das ausrauben. Ist das richtig verstanden? Okay, also der Killmove hat geklappt. Und wo kann ich jetzt die Kann ich jetzt irgendwo die Waren klauen? Oder wie läuft das jetzt hier ab? Oder ist das jetzt sind das jetzt die Waren? Oh. Hä? Ich verstehe es doch nicht. Ach, oh. Ah, ach so. Ich muss jetzt neben sie herfahren und dann, dass wir das entern können. So läuft das ab. Und ich gehe da selber rein und töte alles. Oh man. Ich glaube es nicht. Ich entere das Ding mal alleine. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich es noch verstanden habe, aber... Ich bin Kaptein Hornigold. Ich bin Kaptein Hornigold. Und das ist meine Crew. Wir sind saylers, wie euch selbst, aber ziemlich unabhängig in unseren Purpose. Für wir intend Ich bin Kaptein Hornigold. Ich bin Kaptein Hornigold. Ich bin Kaptein Hornigold. Oh, für die Ich bin Kaptein Hornigold. Das ist ein Trüb, den wir gerne retten müssen. Ich höre mir so gern zu, wenn die da so am Singen sind, keine Ahnung, das ist richtig cool. Fioschwitrain blieb! Fire swivels?! Sind die sowas hinten gewesen? Die waren hinten, aaaaah Das war jetzt noch nicht so geplant Feuer! In der Mercer! Und ein Wiper-Marser! Auf Ihren Mark, Capri-Fin! Alle Topf! Halt! 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 Kann ich jetzt diese... Ja, okay und jetzt... Wie schies ich das? Halt! 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 Cannon ready! Ne, check ich das nicht, wie das mit den 12-Witz-Jungs-Halt! Okay, okay, nochmal versuchen wie ist das mit den Swirbils jetzt? also ich muss doch, ich halte jetzt es muss dann gedrückt dann, wie seht ihr die an? aber es sind jetzt die Swirbils, sind das die hier? ah, einfach nur dann loslassen, wenn die Target sind, ok, holen wir uns mal die Waren, die da liegen jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es verstanden Waren an Bord, wo sind sie? Waren, Waren, Waren ah, wollen wir unsere Waren haben so, das Schiff Nummer 2 wollen wir mal das Schiff uns packen holen wir die Stunstills und Feuer! 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 Halt. Feuer! activierer die Waren Ich hab dich nicht geholfen, was du bist. Ich hab dich nicht geholfen, du bist jetzt alle, du bist du. Du bist ja nicht. Der Schlaf, der sich nicht verletzt. So, den nächsten getötet. Ups. Das war wohl das Falsche. Ich muss mich noch angewöhnen. Noch bin ich richtig scheiße, aber das wird schon. Und zack! Ah, das war schön. Kleidung, ein Crewmember wiederbekommen, nachdem einer getötet wurde. Ist doch angenehm. Damit kann man leben. Ne? Versenken wir die jetzt? Ne, wir haben neue Kanonen, oder? Könnte das sein? Ein guter Tag heute, Canway. Half a dozen Scores of that size, and you'll be set for a year. Was haben wir denn noch für Missionen? Ah. Okay, okay. All this cargo and fix up your jackdorf with a few more trinkets. Soda, yeah. I'm looking for a prize that'll set me up for life. I'll be king of the... Ja, König der Kiribik, als würde ich sehen, wo wir hin müssen, bevor du König der Kiribik wirst. Müsst du da hin? Ne, ich glaube nicht. Wo müssen wir jetzt jetzt hin? We came to Nassau, to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let that dream go, lad. Nassau is the place to be. So Salt Key. Gording. You ever dream of the big... Wo ist denn Salt Key auf der Karte? Hm, wird das nicht angezeigt? Ach, da... Ich frage nicht direkt. Ähm... Hm, außenrum am besten. Und dann... Okay. A ship, so full of gold and silver, you just split it and sail home. Sure, but it's only a dream. Every man hopes to find a dozen chests of gold with no owners. They're as rare as an honest king. Ja, we're ein ehrlicher König. Aber Piraten sind eigentlich nicht ehrlich. Das wissen wir doch alle. Und deswegen... Oh, oh, Vorsicht, wir wollen nicht an die Insel ran. Genießen wir den Piratengesang eine Runde. Weil ich sowieso wenig rede hier, weil ich immer konzentriert bin. Aber wir haben hier nur 2000 Meter vor uns. 2200, genau gesagt. Und wir haben auch schon... Oh! Oh! Ja, schon 17 Minuten. Das ist mir vielleicht auch gefallen. Aber ich glaube, die Folgen werden jetzt immer so halbe Stunde lang. Keine Ahnung. Das ist irgendwie besser als die 15 Minuten oder 20 Minuten Folgen. Denn die Piraten freuen sich hier auch. Wenn wir doch unser Schiff nach und nach reparieren. Und dann... Ja, ich bin schon vor diesem Gesang so übertrieben abgelenkt. Das ist ja auch gar nicht mehr weit. Das ist ja auch gar nicht mehr weit. Am besten an der Insel hier so vorbei. Aber wir könnten auch ganz kurz mal anschauen. Ach, Dratogu... 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 Das ist auch... Nach dessen sind wir so langsam. Und dann sind wir so langsam. Das war's schon. Wir haben die einfach mal instant vernichtet. Hart, ey, die Armen. Ein normaler Schuss mit den Kanon. Und dann diese Fire Swivels. Und dann war vorbei. Ach, ne. Fire Swivels im Sinne von Feuer... Okay, wir haben die Swivels gefeuert. Was auch immer die Swivels sind. Ich weiß es leider nicht. Kann jemand nicht mehr nachschauen. Und dann war die schon weg. More Sail! Old Sail! Alle Segel! Ich schmeiß noch ein paar Segel hinterher. Ist schon in Ordnung hier. Segel über alles. Ach, dat ist... Also... Dratogu... 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 Ah, der Dratogu... Also automatisch so... Crazy Shit-mäßig an. Das ist natürlich... Verpackt... Yo, genau... Das... Sieht das behindert aus. Oh Gott, das ist so bescheuert. So, wir sind auf Salt Key. Ich würde aber sagen, wir enden hier die Folge, bevor wir auf die Bar oder in die Bar von Salt Key gehen. Wenn ich die Folge gefallen habe, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich. Euer Bas. Ciao, ciao! Ciao!